Ihr seid auf der Suche nach einer einfachen und sauberen Möglichkeit, die Ränder von euren Resin-Werken und Coastern zum Beispiel zu verschönern? Dann sind unsere Marker die perfekte Lösung für euch. Wir haben diese verfügbar in Gold und Silber und passen somit zu fast jeder Farbkombination eurer Werke. Bevor den Benutzen natürlich kurz schütteln, damit sich die Farbe und die Lösung verbindet. Und wenn ihr den Marker das allererste Mal benutzt, einige Male die Spitze nach innen drücken, damit es sich voll mit der Flüssigkeit saugen kann. Und dann kann es auch schon losgehen. Die Farbe trocknet sehr schnell, levelt sich selbst aus und hat einen sehr edlen Look am Ende. Und das Schöne daran, das Ganze geht auch noch sehr, sehr schnell. Natürlich könnt ihr, wenn die ein oder andere Stelle doch nicht beim ersten Mal komplett gedeckt hat, auch nochmal mit dem Stift darüber gehen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit den Markern, viel Spaß beim Kreieren und bis bald.